Was hat das gegen meinen Spieler? Lass ja mal hin, der tut ja nichts. Auf keinen Zwiebel rausgetragen, oder? So weiß ich denn. Jetzt hat er es unter Kontrolle schon langsam. Wir holen ein paar Würstchen und Köhler auf der Seite. Das ist aber schon ganz schwarz. Ja, nein. Hört sich nicht, ich vergiss. Die haben wir weg. Ja, dann räumen wir dann an, oder was? Ja klar, wenn sie wieder anbragen, das sind eh schnell warm. Ja, das ist nicht so. Ich klinge aber auf der Seite. Die sind aber schon ganz zu furcht. Ja, aber das brennt ja nicht. Das sieht schon recht gut aus, muss man sagen. Ja, weh. Happy Sauber. Ach, scheiße.